und zwar ist eine ganz einfach alles bereit ist ein abschlusstest abschlusstest ist ganz klar die fähigkeiten werden getestet und schauen wir mal was man da so viel auch gar wichtig ist dass ihr einfach locker reingeht und fertig substrahieren 19,7 ganz klar sind 12 bleiben übrig und weiter geht's und 13 aufgaben sind ja eigentlich ist eine kurzarbeit das nennt man kurzarbeit meistens das ist nichts früher in meiner ersten klasse hatten wir ein abschlusstest gehabt und das waren nicht 13 aufgaben sondern 40 aufgaben ich habe das geliebt diese diese hardcore ist für mich nicht dass diese kinder nicht aufs maul bekommen diese hardcore tests haben weil damals hat man wirklich damals war es hardcore aber es war du warst danach so glücklich wie ein babykind manchmal ist es besser so hardcore erziehung zu haben als zwei weichbliche erziehung weil der der hardcore zu hatte der schätzt das leben halt mehr und nicht einfach so ist wissenschaftlich sogar bei diesen worden so der zoo hat sechs seltenen und neuner zwei wie viele tiere sind im zoo ja ganz klar 6 plus 3 sind neun und neun plus zwei sind elf dann geht's weiter fülle die lücken neun minus sieben ist gleich zwei weil zwei plus sieben sind neun zwölf aliens landeten unser starrer landen landeten in und wird ab wenn die alien zwar auf dem ersten raumschiff die anderen die alien zwar noch auf dem zweiten raumschiff die alien zwar noch dem ersten raumschiff ja das einfach aus dem allerersten raumschiff waren fünf aliens denn fünf plus sieben sind zwölf was halten wir wenn wir 18 plus 17 nach dem stellenwert zerlegen ja wenn wir das machen wenn wir uns die frage stellen mit der null ne und die null im endeffekt kann nicht zerlegt werden also haben wir hier die 70 und die 10 also die 18 kann eine 10 und 8 zerlegt werden und da ist a wichtig ergänzen die gleichung 8 plus 8 plus 4 ist gleich 12 also haben wir hier eine 4 addiere also auch hier die testen meistens einfacher als die aufgaben selbst wir haben wir das hier gerechnet 4 1 4 plus 1 und 5 und 7 und sind 10 0 1 gemerkt also 1 merken wir uns 1 plus 1 sind 2 sind 3 und 5 und 8 also haben wir 80 und weiter geht's länder und aber haben sich etwas popcorn zum essen geteilt ländern haben sechs stücke popcorn aber dann fünf stücke wie viele stücke popcorn haben sie insgesamt genommen ganz klar wenn der solinder und aber sich popcorn zum essen teilt geteilt dann müssen wir uns ausrechnen sie teilen sich das und hier geht es aber nicht um malen sondern sie teilen sich das auch also ein plus das heißt 6 plus 5 sind 11 11 stücke popcorn haben sie insgesamt genommen hier das gleiche die flagge von hina unten abgebildet ist rot mit fünf sterne und sie hat zwei sterne weniger als die flagge von fragt tschetschig skalion als aussprich und von der ich kann von sieben und weiter geht's und fertig passen wir so juri hat 17 bücher gelesen hier hat fünf bücher gelesen wie viele bücher hat juri mehr gelesen als hiro also ganz einfach wenn juri 17 bücher gelesen hat hiro jedoch hat fünf bücher gelesen dann bedeutet das dass juri 12 bücher mehr als hiro gelesen hat und dann geht es weiter so 76 plus 9 ist eine einfache sache ist 85 und zum schluss haben wir noch mal eine aufgabe finde die korrekte gleichung wähle eine lösung also 8 ist gleich 9 ist gleich 8 ist gleich 6 plus 2 also es ist die c und dann gehen wir weiter auf letzte aufgabe 6 plus 18 14 und fertig und wir sind fertig so nun hat man das alles gemacht als gemeistert als nächste lernhalten lernhandel 3 und wir sind immer noch in der klasse 1 und das hat immer geübt ganz klar es ist halt geübt geübt es ist dann auch wirklich eine ganze menge muss man sagen aber wir sind fast fertig mit der klasse 1 und 72 prozent erreicht das ist schon schon eine ganze ganze menge und natürlich einstieg in mathematik jetzt mal bei 40 prozent und nach längen sortieren und da haben wir noch mal die nächste übung und auch hier haben wir bereit zu üben dann geht's auf geht's ordne die linien von der kürzesten zur längsten beginne oben mit der kürzesten linie und so weiter und so fort das ist ganz einfach das ist die kürzeste dann ist die nächste und liegende und das ist dann die aller längste und jetzt weiter auch hier ist das ordne die hühner vom kleinsten zum größten also das ist das kleinste das ist mittel und das ist das größte und so ist es auch hier mit den linien ordne die linien von der längsten zur kürzesten also beginne mit der längsten linie und die längste ist die hier und der gibt sich also jetzt nichts besonderes was ihr gelernt tut ordne die kür von der kleinsten zum größten und fertig und weiter geht's nicht viel nachdenken über solche einfachen sachen dann wird es auch einfach in mathematik ordne die hotdog zum kleinsten zum größten auch hier das genau das gleiche und und letzte aufgabe ordne die linien von der kürzesten zum längsten und dann haben wir hier und fertig ist es nicht mehr viel also mal gleich in der zweiten klasse die kinder haben es ganz gut wenn in der ersten klasse ist die lernen nicht viel wenn ein kind der ersten klasse der eine ist intelligent ich war ja intelligent aber faul die lehrer hatten leider recht mit intelligent und faul denn mir hat man damals zugesprungen ich hätte von der ersten klasse in die vierte springen können aber ich war halt einfach so faul ich habe einfach nicht gelernt und ab gute noten geschrieben hätte ich aber gelernt wäre ich in der welt hätte ich meine ja ich hätte die schule bespringen können das weiß ich hatte die um fünf klassen überspringen können das hat nichts mit intelligenz sondern kai sondern war mit fleißen lernen wird ja immer noch zu viel show gemacht mit den begabten kindern die kinder sind nicht begabten meisten lernen einfach fleißig aber sie dann anders vermarktet nur selten gibt es begabte kinder so weiter geht es ist größer oder kleiner der fuchs ist drei blöcke größer als der fuchs ist kleiner als in dem fall ist der fuchs kleiner als die drei blöcke und man seht hier kann es messen die drei blöcke größer als der fuchs das ganze ist beim pony umgekehrt das pony ist jetzt klar größer als drei blöcke also ist der fuchs kleiner als das pony und weiter geht es ist kleiner als ben wenn es kleiner als jeff wer ist kleiner als ben ist kleiner als jeff okay also wenn amy kleiner als ben ist aber ben kleiner als jeff ist okay man kann ganz genau lesen wer ist kleiner also der ben ist größer als die amy aber der ben ist kleiner als jeff also ist jeff der größte und wenn jeff der größte ist dann ist amy die kleinste also b ist ganz einfach ihr müsst immer die umgekehrte reihenfolge nehmen wie beim krokodilen essen aufgaben das ist ziemlich einfach und aufmerksam lesen so ist es größer oder kleiner wir haben hier also das schaf ist und sehen hier die blöcke sind kleiner so kleine scharf ist größer als die drei blöcke der bieber ist schauen wir mal ob das gleiche ist der bieber ist kleiner kleiner als die drei blöcke und also ist das schaf also ist das schaf größer als der bieber ganz einfach der rosa buntstift ist kürzer also rosa merken rosa ist kürzer als der gelbe buntstift der gelbe buntstift ist kürzer als der blaue buntstift also wenn die rosa also wenn die rosa also der rosa buntstift ja wir wollen ja ordnen der rosa buntstift ist kürzer als der gelbe das würde bedeuten dann heißt es erstmal so ne rosa ist kürzer als der gelbe kürzer als da ist kürzer als der gelbe aber der gelbe buntstift ist kürzer als der blaue buntstift und das bedeutet der gelbe ist die mitte und der blaue ist der längste rosa gelb blau und eine ganz andere Sache ist es größer oder kleiner der pinguin größer als die vier blöcke die schildkröte ist kleiner als die vier blöcke und dadurch ist der pinguin größer als die schildkröte ok weiter gehts welche ist länger die rote schnur ist länger als die blaue schnur die blaue schnur ist länger als die grüne schnur also wenn die blaue schnur länger ist als die grüne schnur also die blaue schnur ist länger als die grüne schnur aber die rote schnur ist länger als die blaue schnur da müssen wir nachdenken die rote schnur ist länger als die blaue schnur und die blaue ist länger als die grüne welche ist am längsten also das ist ganz einfach die rote schnur ist länger als die blaue schnur und die blaue schnur ist länger als die grüne aber nicht länger als die rote und dadurch ist die rote das sind ergebnis eine einfache sache ist es größer oder kleiner das ei ist kleiner als die vier blöcke die henne ist größer als die vier blöcke also ist das ei größer als natürlich nicht immer gewesen also ist das ein kleiner als die hände ist ja logisch und fertig ist das ganze immer wenn ihr so denkt und wie ich manchmal war es könnte da bin ich jetzt gerade habe ich was zu schnell gemacht lest du noch mal aufmerksam durch damit es einfacher so dann können wir auch noch die ganzen punkte machen so die linie ist das heißt 1 2 3 4 die linie ist vier quadrate lang so wie hoch ist die wand du kannst die wand mit klein quadrat messen welches bild zeigt wie man ist das ist natürlich falsch das ist falsch das ist richtig das heißt 1 2 3 also 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 quadrate hoch und weiter geht's die linie ist 11 quadrate lang weiter geht's ganz klar ist es a und hier ist natürlich 4 und wieder weiter auch hier ist es einfach wir haben hier ganz genau eins zwei drei vier fünf sechs sieben 8 19 und wenn es 10 ist, aber zwei offen sind, dann haben wir 8. Also die Zahl ist 8. So, du kannst den Führerschein mit kleinen Quadrat messen. Was ist das Richtige? Ganz klar. Das hier. Und wie groß ist der Führerschein, wie der Quadrat hatte? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Der Führerschein hat also 10 Quadrate. Und weiter geht's. Die Linie ist 1, 2, 3. Die Linie ist 3. Quadrate lang. Und fertig. Also Länge messen ist auch einfach. Und nächste Übung. Löseaufgaben mit Sollendiagramm. Auf geht's. Ein Obstsalat endet Wassermelonen, Weintrauben und Erdbeeren. Das folgende Sollendiagramm zeigt, wie viele Stücke von hier über Obstsalat gebraucht werden. So. Da haben wir 10 Wassermelonen. Dann haben wir hier 7 Trauben. Und dann haben wir hier 3 Erdbeeren. Wie viele Obststücke sind insgesamt im Obstsalat drin? Ganz einfach. 3 plus 7 sind 10. Und 10 plus 10 sind 20. Es sind 20 Obststücke drin. Und weiter geht's. Also ganz einfach wiederum. 14 plus 2 sind 6. Also, nee. 14 plus 2 sind ja 16, genau. Und 16 plus 7 sind 23. Und dann merkt ihr, aha, habe ich einen Fehler gemacht. Kann passieren. Und ich merke, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Denn, na, das war jetzt mal gezeigt, wie viele Teams ihr gewonnen habt. Und die Frage war, wie viele Spieler haben die Lions gewonnen. Und deswegen, aufmerksam lesen, es waren ja insgesamt 14. Also 14. Ihr seht, 14 ist richtig. So. Also machen wir nochmal eure Fehler machen. Also ich lerne mal anständiger. Und diesmal machen wir es richtig. Wir lesen also wirklich. Meinerweise beschränke ich das. Das ist auch nicht richtig. Solltet ihr nicht machen. Oder mal, ich lese dann schnell. Aber auch beim schnellen Lesen kann ein Fehler passieren. Wie viele Hot Dogs hat Joey gegessen. Und Joey hat sieben Hot Dogs gegessen. Weiter geht's. Wie viele Knochen hat Rover weniger als Fido vergaben. Und wenn wir Rover und Fido, Fido ist hier, hat zehn. Und Rover hat drei, also sieben. Sieben Knochen. Weiter geht's. Wie viele Spielwaren hat. Die Art des Spielzeugs ist. Also er ist insgesamt. Das ist irgendwie abgeschrieben. Komisch. Wie viele Spielwaren hat. Arte insgesamt. Komisch. Art. Ich glaube hier hat eine Schließerscheibenblase. Von jeder Art. Also von jeder Art, der Laden hat. Also wie viele Spielwaren hat. Insgesamt von jeder Art. Piratenstift, Blasenmacher. Also zwei. Also drei plus fünf sind acht. Und acht plus acht sind sechzehn. Hör mal, das ist richtig. Perfekt. So. Wie viele Katzen gibt es? Es gibt acht Katzen. Wie viele Schüler mehr reisten, reisten mit dem Flugzeug als mit dem Schiff? Flugzeug. Also wie viele Schüler mehr reisten mit dem Flugzeug als mit dem Schiff? Also mehr. Dann haben wir hier zehn und dann hier haben wir nur zwei. Das bedeutet acht. Acht Schüler. Zum Schluss noch. Wie viele Kekse sind es insgesamt? Insgesamt. Ah, okay. Das folgende. Folgendes zeigt, wie viele Kekse von jeder Sorte in der Dose sind. Eine Keksdose enthält Zucker, Haferflocken und Schokokekse. Also, eine Keksdose enthält Zucker, Kekse, oder da ist ein Bindestrich, Haferflocken, Kekse und Schokokekse. So, wie viele Kekse sind es insgesamt? Na ja gut. Sechs plus vier bin zehn. Und zehn plus neun sind neunzehn. Also neunzehn Kekse. Ja, aufmerksam lesen. Wie viele Kinder sind im Park? Es sind neun Kinder. Und siehe da, jetzt kommt das Quisp. Auf geht's. Wie hoch ist die Wand? Und wie hoch ist sie? Sieben. Der Schreibtisch ist kleiner als der Tisch. Der Tisch ist kleiner als das Bücherregal. Ordne die Möbelstücke vom größten zum kleinsten. Also, der Schreibtisch ist kleiner als der Tisch. Dann heißt das Schreibtisch. Tisch. Der Tisch ist kleiner als das Bücherregal. Ja, ihr müsst euch stimmen. Ja, nicht? Ah, okay. Interessant, interessant. Äh, Tisch. Tisch. Ja, stimmt. Das war wieder mein Denkfehler. Jetzt ist es richtig. Von vorne beginnen. Ich weiß jetzt, wo mein Fehler war. Nochmal. So. Von Text bin ich nicht so gut. Da mache ich auch Fehler. Es geht mir ein oder einer so. Ist es größer oder kleiner? Der Keks ist kleiner. Die Eisstöcke, wie wir dem Eis, ist größer. Also ist der Keks kleiner als die Eisstöcke. Linie ist drei, sechs, neun, zehn, elf. Wie viel Spielwagen hat das Spielzeug insgesamt? Das hatten wir ja schon. Fünf, zwei, äh, genau, fünf. Also sind acht. Acht plus sind 16. Ohne die Linien von der kürzesten zur längsten. Okay, die andere Frage ist nicht aufgekommen. Nochmal Glück gehabt. Welche Uhr zeigt, zehn Uhr, habt ihr den großen Zeiger und den kleinen Zeiger. Der kleine Zeiger ist immer die volle Stunde. Und der, äh, genau, der kleine Zeiger ist immer die volle Stunde. Und der große Zeiger ist die Minute. Das bedeutet das hier. Äh, wie spät ist es? Ist, wie gesagt, großer Zeiger die Minute und der kleine Zeiger die Stunde. Und das bedeutet, es ist ein Uhr. Also würde es bedeuten, 13 Uhr. Aber ja, da müsste man sich fragen. Oh, wobei, nee, es passt. Könnte ja auch zwei Uhr sein. Ah, kommt, das kommt drauf an. Das könnte auch zwei Uhr sein. Es gibt ja, ähm, das ist ja eine Analoguhr. Und wenn es eine analoge Uhr ist, dann haben wir, hm, das ist ja die Frage, was ist hier gefragt, ne? Weil hier steht, dass jetzt nicht so etwas gefragt ist. Weil hier könnte es auch ein Uhr 30 sein. Ja, habt ihr den, der ist auf der 1 fast. Also der ist in der Mitte. Ja. So, 13 Uhr 30. Schauen wir mal. Was dachte ich mir, 1 Uhr 30, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Also hier werden dann diese Fragen so gefragt. So weiß ich jetzt Bescheid. Wie spät ist es? Es ist, es ist ganz klar hier 10 Uhr 3. Und hier ist es sogar richtig. Hier ist es 10 Uhr 30. Welche Uhr zeigt 6 Uhr? Das ist das hier. Wie spät ist es? Es ist 11 Uhr 30. Welche Uhr zeigt 8 Uhr? Wie spät ist es? Es ist ganz genau 2 Uhr. Welche Uhr zeigt halb 5 Uhr? Und zum Schluss, wie spät ist es? Es ist 8 Uhr 30. So, ne? So. So. Form erkennen. Das ist einfach. Da habt ihr es am einfachsten. Wähler. Welche Form ist eine Raute? Oh. Das ist ein Diagramm. Das ist ein Brache. Oh, verdammt. Mit Raute, da habe ich schon lange, lange nicht mehr. Jetzt weiß ich es selber nicht. Ja, dachte ich mir, das ist die Raute. Das habe ich mir schon gleich gedacht. Ja, da muss ich nochmal beginnen. Ich dachte es mir schon. Also, ich habe schon auch vieles vergessen. Das ist die Raute. Welche Form ist ein Sechseck? Das ist ein Sechseck, genau. Das heißt, es in Sechsecken besteht. Welche Form ist ein Quadrat? Ein Quadrat ist das hier. Welche Form ist ein Dreieck? Ein Dreieck. Welche Form ist Trapez? Ein Trapez ist das hier. Welche Form ist ein Kreis? Das ist das hier. Und welche Form ist ein Rechteck? Das ist das hier. Nächste Lektion. Hälften. Bereits zum Üben. Auf geht's. Ist der Kreis in den Hälften geteilt? Hälften. Ja. Ist er. Ne, ist er nicht. Ah, okay. Ah, seht ihr? Auch wieder ein Denkfehler von mir. Ich habe da so geschaut. Aber hier, hier ist was nicht genau. Es ist nicht genau. Ihr müsstet die komplette Mitte durch sein. Ja, also im Endeffekt ist er nicht. Okay. Jetzt weiß ich das schon. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zack. Ist der Kreis in den Hälften geteilt? So wäre es dann die Hälften. Und das wäre dann ein richtiges Ergebnis. Ja. Und welchem Bild ist der Kreis in 2 gleich große Hälften geteilt? In 2 gleich große Hälften. 2 gleich große Hälften. 10. Ist das Quadrat in Hälften geteilt? Ja, also das ist eine gute Frage, ne? Nein. Das ist die Antwort. Auf welchem Bild ist der Kreis in 2 gleich große Hälften geteilt? Das ist A. So. Na, jetzt habe ich es verstanden. Macht mal mal einen Fehler. Das ist nicht so schlimm. So. Bereit zum Üben. Ist das Rechte in Viertel geteilt? Nein. Auf welchem Bild ist der Kreis in Viertel geteilt? Oh, das ist gut. Das ist gut. Es müsste aber gleich sein. Das ist nicht ein Viertel. Das ist eine akustische Täuschung. Das müsste ein Viertel sein. Sag ich doch. Ist das Rechte in Viertel geteilt? Ja, ist es. Auf welchem Bild ist das Quadrat in Viertel geteilt? Ein Viertel. Hier. Welche Form ist ein Sechseck? Ist das Rechte in Viertel geteilt? Nein. Auf welchem Bild ist der Kreis in Zwei gleich große Hälften geteilt? Wie spät ist es? Es ist 11 Uhr. 11 Uhr 30. Und zum Schluss, welches der Bilder teilt in Kreis in Viertel? So. So. Auf geht's mit dem Abschlusstest. Wird ja nichts schweres. Nur 10 Aufgaben. Eine Tierhandlung verkauft Hunde und Katzen. Hamster. Die sollen ein Diagramm zeigen, wie viele Haustiere von jeder Hand geladen hat. Lass sich fragen, wie viele Katzen gibt es. Na ja. 8 Stück. So. Schauen wir mal. Nächste Aufgabe. Wähl eine Lösung. Welche Uhr zeigt 8 Uhr an? Ja. Das ist natürlich das hier. Nächste Aufgabe. Ist das Quadrat in Hälften geteilt? Nein. Hier ist das große Quadrat. Du kannst das Quadrat mit kleinen Quadraten. Genau. Das ist B. 4. Ist der Kreis in Viertel geteilt? Nein. Welche Form ist ein Quadrat? Ordne die Linien von der längsten zur kürzesten? Naja. Das wird einfach. Zack. Zack. Ist es größer oder kleiner? Die Raupe ist natürlich größer und der Marienkäfer ist kleiner. Also ist die Raupe größer als der Marienkäfer. Welche Form ist ein Dreieck? Jan ist größer als Steve. Steve ist größer als Beth. Aha. Und Jan ist also größer als Steve. Steve ist größer als Beth. Der erste ist die Frage, wer ist größer? Aha. Jan ist größer als Steve. Aber Steve ist größer als Beth. Okay. Wann ist größer? Ich hasse solche Fragen, wo ich mich mit umdenken. Wenn Jan größer als Steve ist, dann ist Steve kleiner als Jan. Aber wenn Steve größer als Beth ist, dann ist Steve der größte. Also Steve ist größer als Jan. Nee. Oder? Nee. Jan ist größer als Steve. Ah. Jan ist die größte. Aber Steve ist größer als Beth. Aber Steve ist kleiner. Und dadurch ist auch Jan. Dann ist Jan die größte. Und Beth wäre die kleinste. Und das heißt, er ist größer Jan. Ja. Joa, nutzen wir eigentlich durch, oder? Nicht? Kann sein, wir sind noch nicht durch. Kurs-Challenge. Ah. Bereit für eine Challenge. Teste deine Skills in diesem Kurs und verdiene Meisterpunkte für die Dinge, die du bereits weißt. Aha. Hast du ein Wissen über die Skills in diesem Kurs? Jetzt habt ihr eine Kurs-Challenge. Ja. Dann machen wir mal auf. Auf welche Aufgaben sind es? 30 Aufgaben. Oh ja, das ist dann diese Hardcore-Test. Das ist diese, was ich mal erwähnt habe. Na gut. Auf welchem Bild ist der Kreis in zwei gleich große Hälften geteilt? Warten wir mal. Ich glaube, wir das in einer halben Stunde schaffen. Vielleicht brauchen wir weniger. Nächste Aufgabe. Einige Schüler sind im Sommer fielen bei dem Zug, dem Flugzeug oder dem Schiff gereist. Das folgende soll in den Gamm zeigt, wie viele Schüler ihr das Transport benutzt haben. Wie viele Schüler mehr reisten mit dem Flugzeug als mit dem Schiff? Flugzeug sind zehn und es waren acht. Ist es größer oder kleiner? Der Wal ist größer als drei Blöcke. Das Einhörnchen ist kleiner als drei Blöcke. Also ist der Wal größer als das Einhörnchen. Welche ganze Zahl kommt direkt von 105? 104. Im Zoo gibt es 50 Löwen. Die Löwen können ihn fünf Gruppen geteilt werden. Bei einem Backwaren verkaufen. Die Schule kauft Großmutter vier Kekse mit Schokoladenstückchen, zwei Törtchen und einen Donut. Wie viele Leckereien kauft die Großmutter? Okay. Vier plus zwei sind sechs, plus eins sind sieben. Sieben Leckereien. Ordnen die Linien von der kürzesten zur längsten. Last. Und next. Der Zoo bekommt 18 neue Tiere. Drei davon sind Löwen. Der Rest Affen. Also 15. Und ich habe es gemerkt, die Aufgaben sind hier immer einfacher von der Prüfung als die davor, was man gelernt hat. Welches der Bilder teilt den in den Kreisen Viertel? Die nächste Adire. Ja, das hatten wir ja schon. 9, 1 gemerkt, 1, 2, 1, 2, 1, 7, 15, 129. So, welche der Lösungen ist das gleiche wie 68? Weile eine zu der Öffnerlösungen. Jupp. Jupp. Fertig. Die Form ist ein Trapez. Subtrahiere, 16 minus 13 sind 3. Finde die korrekte Gleichung. 1 plus 5, nein. 3 plus 2, nein. 10 plus 5, ja. Ein Erden kämpft mit einem Drachen mit meinen Köpfen. Dann kämpfte sie mit einem Drachen mit zwei Köpfen weniger als der erste Drache. Die Linie ist 8. 18 plus 8, das ist ganz einfach, sind 26. Ist jede Zahl kleiner als 25 oder größer als 25? Wenn es kleiner ist, haben wir ja gehabt. Und wenn es größer ist, also, okay, der Krokodil ist, hier auf, also hier, 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 hier und hier. Oh, eine einfache Sache. Eine vollständige Gleichung. 15 ist gleich, 9. Fülle die Lücken. 9 minus 5 sind 4, weil 4 plus 5, 9 ergibt. 7 Zehner plus 5 Einer sind 75. Vergleiche ich hier mit Hilfe von kleiner und größer oder ist gleich 56. 56 ist gleich 56. Wie spät ist es? Es ist ganz genau 2 Uhr. Also 2, 0, next. Welche Adoption ist das gleiche? Ich habe 41 plus 57. 4 Zehner plus 5 Zehner plus 1 Einer plus 7 Einer. Welche Grafik zeigt, wie viele Luftballons Sophia insgesamt hatte? Sophia hatte 4 Blumen, Blumenluftballons und 3 Ponyluftballons bei ihrer Geburtstagsfeier. Also 7. Also 4 plus 3. Und weiter geht's. 6 plus 7 sind 13. Und noch 3 Aufgaben. Dann sind wir fertig. Auf Suis Eiskämenhörnchen befinden sich 6 Kugeln mehr als auf Tarsas Eiswaffe. Auf Suis Eiskämenhörnchen befinden sich 9 Kugeln. Wie viele Kugeln sind auf Tarsas Eiswaffe? Wenn Hörnchen befinden sich 6 Kugeln, dann haben wir es 15. Oh! Ich habe einen Fehler gemacht. Kann passieren. Moment. Auf Suis Eiskämenhörnchen befinden sich 6 Kugeln mehr als auf Tarsas Eiswaffe. Aha! Ah! Kein Wunder. Richtig. 3 waren es. Da habe ich mich wieder zu schnell beeilt und nicht exakt. Aber das ist ja nicht so schlimm, dass man einen Fehler gemacht hat. Und ich wiederhole das jetzt nicht, weil, was es wie in der Schule an ist, ist es eine komplette Aufgabe. Da wird jetzt nichts wegradiert. Mein Fehler ist nicht zu schleppen. Welche Zahl ist das gleiche wie 3 Zehner und 10? Äh, genau. 3 Zehner und plus 10 sind 40. Mariana nahm 15 Glütze aus dem Behälter. Nachdem sie einige der Glütze gegeben hatte, blieben 9 Glütze übrig. Also, ähm, nahm 15 Glütze aus dem Behälter. Nachdem sie immerhin einige. Wie viel Glütze? Naja gut. Ähm, 24. Ah! Ich habe immer diese Probleme mit den Aufgaben. Immer ein Denkfehler da. 15 Glütze aus dem Behälter. Also 15 nahm sie. Nachdem sie immerhin einige der Glütze gegeben hatte, blieben 9 Glütze übrig. Ah, ja, richtig. Ich müsste 6 sein. Ja. Na, da habe ich meine Schwächen. Da würde ich immer Fehler machen. Bei diesen Textaufgaben. Da weiß ich, ah, okay, da muss ich öfters das üben. Da habe ich meine Schwächen. Das ist bis heute so immer geblieben. Textaufgaben ohne Bilder. Durch meine epileptischen Anfälle. 16 Jahre lang Epilepsie. No way. Also wenn es ohne Bilder sind, schwäch. Da schwäch ich einfach, ne. So. Welche Adressionsaufgaben ist das gleiche wie 7 plus 70? Ähm. Was haben wir dann hier? Genau. Das ist das hier. Und zusammengefasst. Oh, das ist nicht schlecht, ne. Das ist eine 2. Also. 28 von 30 ist eine 2. Zumindest wenn man in den 80er Jahren nicht, äh, 90er Jahren, äh, Bewertung geht. 90er Jahren war das so. 30 Auffragen, äh, sind gestellt. 30 richtig sind eine 1. Es gab auch kein Sternchen. Das gab es nicht. Nicht bei mir. 30 ist, ähm, eine 1. 29 ist eine 1 minus. Und, ähm, 28 sind eine 2. Es gab aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die gesagt haben, also gerechnet haben, 30 ist eine 1 plus. Ne, gibt es auch noch Leute, die später, äh, weil man geht ja später auch in die dritte, vierte Klasse und dann war halt 30 ist eine 1 plus. 29 ist eine 1. Ähm, 28 ist eine 1 minus, ne. Aber ich fand das System, das knallharten System besser, weil da wusstest du ja, okay, das Leben ist knallhart, du kannst dir nicht viele Fehler erlauben. Daher war das von mir das Harte. Dabei weiß ich, ich hab im Endeffekt 30 ist eine 1. 29 ist eine, ähm, ist, ist, ist eine 1 minus. Ne, und, ähm, 28 ist eine 2. Und dann halt 27 wären halt eine 2 minus und 26 wären schon eine 3. Manche Schulen haben noch härtere Systeme gesagt, die sagen sich, entweder du hast alles richtig, dann hast du eine 1. Oder du machst halt eben, ähm, 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 zwei Fehler, dann hast du eine 3. Das heißt, bei einem Fehler hast du dann eine 2 bekommen und bei zwei Fehlern hast du eine 3. Das ist das allerhärtere System. Das hatte, glaube ich, mein Bruder gehabt, mein älterer Bruder. Der ist dann noch in den 80er-Jahren in die Schule gegangen und die 80er waren noch härter als die 90er. Ne, so. Das war so schlimm. Fertig und fertig. Hier haben wir also sozusagen, äh, Textaufgaben, Schwierigkeiten. Das Schöne ist dann hier bei, äh, bei der, ähm, Kahn-Akademie, dass ihr seht, immer wie viel Prozent ihr habt und wo ihr Punkte gesammelt habt und wo ihr Schwächen habt, ne. Und gemeistert bedeutet wirklich, ihr seid da Top-Skill und Profi heißt, ähm, dass ihr da nur 80 Punkte habt, was ihr nicht perfekt seid. Und da ist meine Schwächen und die können wir auch angehen, ne. Das bedeutet, ich kann immer wieder sehen, aha, da habe ich die Paul-Punktzahl, da habe ich mich geschwächelt, da habe ich, und letztendlich Kurs-Challenge 93%, testen und wissen, wie ich es in diesem Kurs wiederhole, die Kurs-Challenge. Ja. Machen wir jetzt nicht. Ähm, genau. Hier könnt ihr nochmal halt nochmal schauen, hier könnt ihr nochmal drauf gehen, da könnt ihr nochmal, ähm, ähm, da habt ihr Plus, Plus heißt Test, ja, ähm, und Abschlusstest ist hier. Und hier könnt ihr nochmal euch verbessern, das heißt, hier klickt man drauf. Und da sind sieben Fragen. Und das ist wieder diese Text. Jack schwamm 8 Runden, er schwamm 6 Runden weniger als Lea. Das bedeutet, wie viele Runden ist Lea geschwommen. Also wenn Jack 8 Runden geschwommen ist, er schwamm 6 Runden, dann müsste Lea 14 Runden geschwommen sein. Und auch hier eine Gruppe von Hexen flog durch die Stadt, 5 von ihnen landeten und es blieben 12 am Himmel. Also 17 Waren ist, schon mal richtig, Anna packt für eine lange Autofahrt etwas zum Basteln ein. Sie hat 6 Wachsmalstifte mehr als Buntstifte. Anna hat 14 Wachsmalstifte. Ja, wie viele Buntstifte hat sie? Äh, wenn sie 6, ähm, wenn sie 6 Wachsmalstifte mehr als Buntstifte hat, dann müsste sie eigentlich, ähm, 22 haben Buntstifte. 22, sag ich jetzt mal. Ne, falsch, 14 plus 6 sind ja 20, dann müsste sie 20 Wachsmalstifte haben. Oh, okay, okay, okay. Ich muss jetzt wieder von vorne beginnen, ne? Scheiße, die Logik, die Logik, ne? Äh, okay, von einem Rennen zahlt ich hinaus und nur 4 haben. Nein, wir sind Monsterdags, haben das Rennen begonnen. Ähm, 6. Äh, ich hatte irgendwie gesagt, meine Logikfehler. Okay, das weiß ich, das ist 8. So, und das habe ich auch mir gemerkt. Oder man merkt sich die Aufgaben irgendwann. Man weiß man ja auch die gleichen Aufgaben auswendig und der Lehrer kann nicht mehr neu fragen. Also, ich habe sie alle auswendig gelernt. Ha! Äh, wie viele Eier hat er gefunden? Hunter hat drei Eier gefunden. Er hat drei weniger Eier gefunden als seine Schwester. Hunter hat vier Eier gefunden. Okay. Hunter hat vier Eier gefunden. Wer hat sieben Eier gefunden? Hunter hat drei Eier, weniger gefunden als seine Schwester. Vera. Also. Und hat seine Schwester Vera sieben Eier gefunden. Es gab einen Teller. Tina aß vier von den Keksen. Es blieben 16 Kekse übrig. Es gab einen Teller voller Kekse. Tina aß vier von den Keksen. Es blieben 16. Aber waren es 20. Auf soos ein. Ah. Befinden sich sechs Kugeln mehr als auf Teesers Eiswaffen. Oh Gott. Und auf soos Eis kriegen und Händchen befinden sich neun Kugeln. Ich bin Kugeln. Ich bin Kugeln. Oh Gott. Ich bin Kugeln. Ich bin Kugeln. Wieder bin ich schon bei der Aufgaben. Und wenn ich sechs Kugeln mehr befinden. Dann befinden sich drei Kugeln auf Teesers. Ja. Die Walkers haben eine CD mit neun Songs aufgelungen. Ihre CD hat vier Songs weniger als die CD. Die das haben eben auch gemacht. Das wäre bedeutet. Tassent. 13. Ja. Eine Gruppe von Zirkusbären bildete. Die Bären bildeten die Pyramäe. 6. Jetzt habe ich es verstanden. Jawoll. Perfekt. Aber. Okay. Verstehe. Also. Ihr könnt da nicht weiterkommen mehr. Verstehe. Also. Haben wir nur 99%. Mehr geht nicht. Also das macht er nicht mit. Also 99%. Schade. 93. Also 99 hier. 99. Da halt. Hier sind 20 Punkte. Da müssten wir das mal komplett wiederholen. Wiederhole. Kurs Challenge. Destin und Wissen. Über die Skills. In diesem Kurs. Wiederhole die Kurs Challenge. Die müssten wir komplett wiederholen. Damit wir da überhaupt was haben. Und ich. Vor sieben Minuten. Kurs Challenge. Ja. Versuchen sich nicht. Ähm. Test dein Wissen über die Skills in diesem Kurs. Ähm. Da könnt ihr noch etwas verbessern. Meister die Challenge. Steige ich schneller zum Experten auf. Mal bereit für eine Challenge. Verbessern Level auf gemeistert schneller. Indem du die Skills verbessern, die du bereits geübt hast. 6 Fragen. Okay. Schauen wir mal. 1 plus. 12 und 24. Sollen wir das vielleicht doch verbessern. Jack schwamm. 8 Runden. Er schwamm 6 Runden weniger als leer. Also leer. 14. 4 plus. 176. Cent 32. Cent 92. Eine Gruppe von Hexen flog durch die Stadt. 5 von ihnen landeten und es blieben. Also 17. Ja. Ich bin aufgestiegen. Man kann doch aufsteigen. Ja. Man muss es nur wiederholen. Geil. Und zwar nicht da drauf klicken, wie ich gemacht habe. Seht ihr? Ich habe schon lange das nicht mehr gemacht, sondern die Challenge. Okay. Das haben wir also schon gemacht. Hier wurde die Kurschallenge. Kurschallenge 93%. Ich glaube, da müssten wir noch zusätzlich was machen. Aber wir haben ja eigentlich soweit das abgeschlossen. Weil wichtig ist, dass hier die 2900. Kursmastery 100%. Und dann müssten wir halt, wenn wir alles Kurschallenge testen wissen, über die Skills müssten wir wiederholen, damit wir halt hier auch wirklich auch zum Schluss die 100% haben. Aber das könnt ihr ein andermal machen, üben. Von daher, da gehen wir auch mal jetzt Kurs. Das sieht doch gut aus. Und jetzt gehen wir weiter auf die Klasse 2. So. Da sehen wir die Klasse 2 schon. Da eradiere Lerneinheit 1, Lerneinheit 2. Und da könnt ihr auch Kurschallenge machen, das dann wissen, über die Skills in diesem Kurs. Und Lerneinheit. Und Abschlusstest. Oder ihr könnt so Abschlusstest machen. Kompletten Abschlusstest. Kurschallenge. Das dann wissen über die Skills in diesem Kurs. Startet die Kurschallenge. Das könnt ihr auch machen. Und hier könnt ihr immer den Abschlusstest machen. Wenn ihr einen Abschlusstest macht, zum Beispiel, und ihr sagt, auf geht's, dann heißt das nicht, Nächste, 7 plus 9, ne, sind 16, 20 minus 4 sind 6, 10 plus 4 sind 14. Welches Bild zeigt, 2 plus 2 plus 2. Wählen eine Lösung. 2, das ist 2 plus 2 plus 2. Ja, wir gehen heute in den Zoo und sahen 16 Affen. Das sind 3 weniger, als der letzten Samstag gesehen hat. Wenn weiß, benutzt ihr Gruppen mit Objekten, erzähl wir von 9, ok, ja gut. 9, 7 minus 4 sind 15. Und dann hat für die Käfer in 5 Reihen mit 2 Käfern jede Reihe geordnet. Verwende das obige Bild, erzähl ich, um die Anzahl der Käfer zu bestimmen. Also eine 10. Das sind insgesamt 10 Käfer. Zuri hat 1 Bleistift, Käfer hat 9 Bleistifte, Zuri hat wie viele Bleistifte weniger als Käfer? Naja gut, 8 Stück. 12 plus 6 sind 18. Und dann seht ihr halt, dass ihr aufgestiegen seid, ihr seid aufgestiegen automatisch. Und dann gehen wir nochmal zu der Klasse 2. Damit ihr seht, ihr seid automatisch aufgestiegen, aber das heißt nicht, ihr seid nur Profi, weil ihr das halt nicht gelöst habt. Ihr seid nicht einzeln drauf. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier einen Abschlusstest machen, steigen wir automatisch auf, auf Profi. Danach, um nochmal auf Meister zu machen, müssten wir halt komplett das Ganze machen. Okay Leute, das war es erstmal von der 2. Klasse. Ich muss noch was anderes tun. Wir werden uns im nächsten Tag wiedersehen. Für die 2. Klassiker natürlich alle. Werde ich euch zeigen, wie man das alles macht. Dann werden wir einiges angehen. Diesmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber die 1. Klasse musst du mal durchsagen, weil das ist ja auch einfach. Die 2. Klasse machen wir auch ein bisschen schnell so, dass wir so schnell wie möglich zur 3. Klasse kommen. Aber wirklich, da geht es dann ab. Addiere und subtrahiere. Dann geht es um Geld und Zeit, Masse, Daten, Geometrie. Das lernt ihr dann alles kennen. Genau. Und die Übungen, die sein jetzt hier nicht zu kurz. Mastery. Da erkläre ich euch, was das auch zu bedeuten hat. Haltet die Ohren steif. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Dann befigurierst du einmal. Woah sind es an, wie du ein R Legend veruf. Und zum nächsten Punkt noch. Ski seit L Reich hast kommt. EntLaju. Vielen Dank.